so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge miss survival so ich würde sagen wir schlafen schon mal eine runde 39 aber man noch fünf stunden schlafen bitte gehen ja voll ab geschossen alle zwei schlafen tun sie warum geht warum machst du sowas ist du bist es geht um schlafen ja nicht nur eure betten so dies müssen wir dann tomaten werden langsam ja schön die werden langsam müssen wir dann über diesen so ist das fett nun fertig das ist nun fertig dann können wir das mal ausprobieren noch mal die kartoffel rein ob geht das nicht weiter ich habe keine ahnung geht es so und ich so mache euch wie wie kann naja bestimmt auch nicht oder jetzt wort drauf aber keine suppe machen oder auch und das ist das kartoffeln so ich habe keine ahnung ich weiß nicht wie man das so ich würde sagen wir holen uns mal noch ein bisschen leser war es doch da was das ist da was doch darum geht aber wo warst du wir haben doch auch mal noch ein bisschen feuer auch mal noch ein bisschen feuer auch mal noch ein bisschen feuer so wie ich nicht so überall rum aber ein gut sobald haben wir sie auch weggesammelt unsere stämme noch gut da wir brauchen dem ob den baumeister brauchen gehen es ist nicht wie er ist keine Ahnung jedenfalls jemand im bräuchte bau und er kann fällen bei gefällen und Ende wo eigentlich bräuchten wir haben müssten mal langsam mal mit unserem sex mal anfangen hier und zauern ich bin ich bin ich bin ich bin aber auch immer vorher wahrscheinlich nicht so bei uns rein jetzt ich bin so eine kartoffel ja gut da machen wir uns jetzt müssen wir auf die kartoffel da ist schon medium da gibt es wo auch medium durch oder was ich 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 so da machen wir uns gleich noch ein bisschen schön nein das kann man dann auch von kerner hat und nützen aber wie das hier funktioniert nicht so soll das wirklich am wasser liegen wir da holen uns mal frisches wasser müssen wir uns gut beeilen nicht dass unser ist so schlecht wird aber noch wasser drin ist so fleisch recht wir machen wir bis das fleisch wird es ist gut aber ich glaube nicht dass es da drin nee 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 weil das wasser haben wir jetzt das war vier mal essen aber wie funktioniert das weil ich kann mir dass die micke der micke wieder erklären oder du micke sagen wir so ich kannst du mir das wieder erklären so wir haben durchs und ich so ja da packen wir das ersparen ist ja 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 noch fleisch auch wir haben wir auch noch auch gottchen aber auch viel essen und und nicht stapeln können haben wir noch eine leere kiste wegen essen und ob ich schon doch wenn das noch drin ist und dann zu nach mal ich burke noch ein das machen wir gleich hier und das nehmen wir gleich dran das andere machen gleich zum sehr fertig sein genau oder oder das ja eigentlich auch schmeckt es wird so abnehmen noch gleich zum leder und ja 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 ich bin jetzt wo hat man das leber man muss denn eigentlich hingepackt aber noch und das leberen gepackt hallo aber jetzt schon mal viel leder haben wir eigentlich machen es auch um lieb weil das messer müssen wir doch eigentlich genug noch ich glaube nicht hier doch hier auch schön wird das gleich mal das hier rein du kommst gleich mal mit warte bitte warte naja gerade ist anders schiefes englisch und englisch und das haben wir eigentlich da drin so will ich das sind wir eigentlich was machen wir jetzt eigentlich es haben wir essen wollten ach diesen müssen wir auch gottchen leute das gehört euch jetzt zum guten ton dazu dass wir müssen jetzt dach gießen als bauern müssen wir gießen weil ich gießen und es sieht noch alles gut aus ich werde erst ernten wenn die gelb und sind ja noch nicht alle rot gut dann gegossen das hier wurde rein über drei so was macht man heute ja erstmal das tägliche geschäft gemacht so was man so als ja aber wisst du was überwachen wir fangen langsam an und nutzen zahlen zu wollen oben war es noch mit denen hier alles hinkriegen auch alles roh und wenn ihr krillte kartoffeln ist schön der kartoffeln haben so und da fangen wir langsam an fangen wir langsam an im stream wollte ja das ja nicht haben fangen wir an und wir uns so zahlen das heißt dann später wir müssen wir doch viel rumfahren viele autos kaputt machen wie weit bekommt aber da braucht man eigentlich meis nicht zum baum von hühnerstall sondern für 100 hühnerfutter wassertränke ist okay also die kann man ja so bald und wasser füllen aber bräuchten mais um hühnerfutter herzustellen weil es ist nicht offen hier als tomaten hühnerfutter herstellen können ich weiß dass man aus meis hühnerfutter erstellt und ich weiß die kunde auch gut das könnte dann das ist noch übrig geblieben ist aber auch übrig das sticks fehlt von den schrotthammer das ist relativ viel aber aber haben wir nicht nach euch wo auch noch sticks zeugs gelacht und wenigstens ja ich habe ja die ersten mit sticks bis gestückt war ich mal ich fehlen er ist so viel wald nur aber wir uns wo fallen es doch unter 2 oder so was auch bei uns in der weil bäume und auch immer schon bauen und auch überall bäume dies haben wir jetzt aber nicht ein paar von ich eine erste zweite wir brauchen zwei Körn so ich könnte sagen ich nehme gar nicht oder ich muss jetzt gerade überlegen wann das rauskommt ja genau das kommt genau am samstag aus das video hier und am samstag kommt dort der fokus mit betty und hoffentlich mit also mit tippel auch aber nicht aber ich hoffe dass dann sein mikro funktioniert alles da machen wir doch ein schönes bauprojekt und als quasi kommt das heute raus also wenn ich das so sagen kommt aber ich muss echt überlegen ansonsten ist es samstag aber ich denke mal das ist heute ja heute abend wieder ein der forest stream kommen so so alles was so viel ist es kommt 18 stück auch nie nebel mein gott noch weg meine begleiterin warum wie spät haben wir es denn was schläfst du hier hallo was denn was schläfst denn die ganzen tag wo ist denn geht quatsch hier sind seine zwei aber zeit schon bewusst wenn draußen schießen oder wozu schlafen jetzt nur noch neben auch noch eine stelle und noch nie nächste mich noch forschen spiel und aber was sind das doch da kommen auch viele da kommen auch viele ich wollte das video zeigen Salz ist immer gut. Salz ist... Gut, ihr Lieben! Gut, ihr Lieben, wir machen dann in der nächsten Folge weiter mit Bauten und so und hast du nicht gesehen. Und ja, somit bedanke ich mich für eure Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes, mega Daumen an euch und den Dach noch, tschüss!